Jetzt fließe links Du musst hier irgendwo rechts Jetzt hier musst du rechts Ich glaube die laufen immer nackt Na ja, die haben auch einen Coolen Du fahr da mal links, da hinten neben, da ist er Aber Wilfried ist auch da Buddy steht Packt doch hier neben Ich denke, euer Bild wird gleich noch rauskommt So Umpacken Nur mal die Brötchen ruhig mit Dann mach mal die Brötchen Die Bügelflasche nach unten Und dann müssen wir uns gleich Erst schon die ganzen Sachen packen In Rucksäcke Dass die das gar nicht sehen Oder? Oh Gott Bulli ist voll So Mach's ruhig zu Ja, perfekt Merlin Nimmst du die Brötchen noch mit raus? Merlin Nimmst du die Brötchen noch mit raus? Ja Wie heißt hier? Auf geht's Auf geht's Auf geht's Sollst du fahren? Dann kann die Edler studieren Dann kann die noch fahren Ja Ja Edel, ne? Ja, das Ding macht ja heu, ja? Mit seinen Kumpeln Das da Das da Oh Die sehen ja so sportlich aus Ich hab auch noch gespottet mit Ich nicht Ich nicht Weg da Oh shit, ich geh mal hier hin Ich geh mal weg da hin Was? Da ist gar nicht Volker feist dich ein Was hat er denn gesagt? Weiß ich nicht, Kim winkt auf Ja Da winkt er auch Und gleich ist Rums Ich steh noch Gut Ja Fahren wir mit dem MTV? Ich muss nur die ersten Eindrücke einfangen Hat Toni gesagt Und er schneidet das nachher alles schön zusammen Und er schneidet das nachher alles schön zusammen Ist egal Wir haben uns vor heute schon gesehen, ist egal Noch mal Nochmal 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 Im MTV-Lock kommen dann kommen wir heute gestreift Ja, wir sind eben die gestreiften Ich hab den MTV-Lock ausgelassen Hi, hi 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 Bin ich immer gespannt Was wollte ich mir zum Trinken auch schon mal mitnehmen Damit ich nicht mal was vergesse mit Wen wir einen getrunken hast Ja Vorhin eine Einweisung Da müssen wir mit Das ist ja rein Ja Ja Garant Getränke Bist gleich für unterwegs Ja klar Wir können ja auch eine Kiste mit nach vorne Genau Können wir auch Weil die Weil die Die Bügelschlaschen müssen wir mit aufs Boot nehmen werden In der Rucksäcke Wird hier mal den Alkohol schreien? Die Bügelschlaschen müssen wir gleich in den Rucksäcken Weil wir die dann mal zumachen können Hat Karin mir gesagt Okay Wie sagt man das keine Alkohol? So wie im Flugzeug Und auch genau Wie haben sie mir gerade erzählt Wie vor dem Mallorca Reisen Im Skiurlaubbus darf man ja auch nichts trinken Darf man dazwischendurch mal ein Picnic? Weiß ich auch nicht Wovon er anhalten darf